Hört jetzt an, was Claudia sagt und beantworte die Fragen. Jetzt sind wir bereits A2.2. Also, ich habe es gut, und ich habe es gut. Ich habe es gut, und ich habe es gut. Oh Mann, die Schule nervt mich gerade total. Die Lehrer lassen uns im Moment zu viele Hausaufgaben machen. Und dann auch noch die blöden Prüfungen. Total nervig. Nächste Woche habe ich zwei Tests und drei Klausuren. Wie soll ich denn dafür bitte lernen? Mein Tag hat doch auch nur 24 Stunden. Und dann lässt mich meine Deutschlehrerin nicht mal neben den coolen Leuten sitzen. Sie sagt immer, ich mache das nur für euch, damit ihr nicht nur quatscht, sondern auch aufpasst, meint sie. Jetzt sitze ich neben Natascha und die ist total langweilig. Na ja, immerhin lässt uns der Physiklehrer viele Experimente machen. Das ist ziemlich nice. Verstanden? Ein Zeles? Der Bericht steht das noch heute. Viel Spaß bei der Arbeit. A2.2. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.